Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nr. 14 von The Bureau XCOM Declassified. Ja, in der letzten Folge haben wir uns jetzt hier diesen Herrn hier mal geschnappt, uns jetzt auch munter anguckt, und haben ein Verhör durchgeführt und doch einiges Interessantes erfahren. Was wohl scheinbar auch sie irgendwie, ein Sklave des Orion, Origen, nicht Orion. Der Rektor wird Ihnen das gern selbst sagen. Hat er zugesehen? Das fragen Sie noch? Er erwartet Sie im Zentralstab. Wie immer. Was hast du sonst noch zu sagen? Sie sind neu hier, oder? Ja, Sir. Man hat mich in der Nähe von Louisville gerettet. Sind Sie schon auf dem Laufenden? Ja, Sir. Der Gefangene ist sicher verwahrt, meist fügsam und Fork hat alles im Griff. Schätze, es läuft ganz gut. Na denn? So viel Optimismus könnten wir hier öfter brauchen. Wirklich, Sir? Es scheint, als hätten Sie die Sache hier im Griff. In der Basis vielleicht, aber die meisten hier haben nicht gesehen, wie es draußen ist. Im Moment sind sie froh, dass sie überhaupt noch leben. Aber wenn sich die Lage draußen verschlechtert, naja, dann brauchen Sie jemanden, der Ihre Laune hochhält. Was macht der Feindagent? Der Haftraum war sowohl als Knast, als auch als Labor konzipiert. Er ist also sicher verwahrt. Nicht, dass er versucht hätte zu fliehen. Denken Sie, er hat was vor? Ich weiß nicht recht. Jeder andere Gefangene, klar. Aber seit Sie ihm das Steuerteil aus dem Kopf entfernt haben, ist er ein anderer Mensch. Oder, besser gesagt, ein anderes Wesen. Ja, trifft er zu. Wie sehr trauen Sie Falk? Rückhaltlos, Sir. Schließlich wäre ich ohne ihn und seine Teams noch immer da draußen. Sie sagten, Sie wurden bei Louisville gerettet? Ja, Sir. Bei Fort Knox genau gesagt. Agent Rassilber und sein Team haben etwas aus dem Wertsachenlager geholt und ich hielt sie verplünderer. Hätte übel ausgehen können. Nicht wirklich. Anders als manche frage ich immer erst, bevor ich schieße. Sie haben mich nur zu gern mitgenommen, als Sie sicher waren, dass ich ein Mensch bin. Und wie haben Sie das festgestellt? Wie bei der Suche nach den Roten, die Nationalhymne singen nach der Handlung der jüngsten Folge von Captain Thunderclap-Fragen und so weiter. Das ist alles. Danke, Sir. Viel Glück. So ist das. So, wo sind jetzt die Sektoiden, die abgehauen sind? Oh, was liegt denn da noch? Mutern. Diese verwandelten Panzer wiegen mehr als eine Vierteltonne und sind entweder das Ergebnis extremer Mutation oder zahllose Generationen genetischer Zucht. Die sogenannten Mutants sind verheerende Gegner, schwer gepanzert und mit Streudasern bewaffnet. Alle Agenten sind geraden, sicheren Abstand zu wahren und ihr Feuer auf ein einzelnes Ziel zu konzentrieren, um die Rüstung des Wesens zu durchdringen. Die beeindruckende Physiologie der Mutants wird durch eine Reihe von Implantaten noch verstärkt, aber es sind keine Neuralrelais darunter, wie bei den anderen Outsidern. Sie haben weder die hierarchische Kommunikation der Outsider noch erzwungene Gehorsam der Sektoiden. Da erscheint es sich bei den Mutants um Söldner im Dienste der gegnerischen Truppen zu handeln. Doch solange wir weder ihre Bezahlung noch ihre Motivation kennen, hat die Menschheit kaum eine Chance, diese mächtigen Kämpfe an ihnen in ihre Dienste zu nehmen oder ihre Loyalität einzukaufen. Joa, wohl wahr, was ist da? Bericht Inhaftierungsbericht Inflitrator Feindlicher Inflitrator Der Inhaftierte wird rund um die Uhr von Doppelstreifen bewacht und erhält keinerlei Besuch, der nicht mindestens von Direkter autorisiert wurde und selbst dann nur unter strengster Beobachtung. Auch wenn der Inhaftierte seit seiner Operation keine Anzeichen zeigt, dass er sich unsichtbar machen kann, besteht höchste Fluchtgefahr. Ebenso wird er trotz stark verringerte Aggressionen nach seiner Operation immer noch als extrem gefährlich eingestuft. Obwohl der Inhaftierte rein technisch gesehen als Kriegsgefangener gilt, zählen die Outsider unseres Wissens nach nicht zu den Unterzeichnern der Genfer Konvention. Da ist der übliche Schutz für Kriegsgefangene auf ihn nicht anwendbar. Äh, pfff, ist klar. So. Ach, was soll denn die jetzt sein? Sonst soll sich doch irgendwo verkrochen haben. Die echt außerhalb der Basis rumlaufen? Also, außerhalb dem, der Wissenschaftsabteilung. Könnten ja schon ziemlich Chaos anrichten. Da kommen wir nicht durch. Gute Frage, wo sollen die sein? Haben wir das irgendwie als Missionsziel bekommen? Ja. Ja. Frei durch den Stützpunkt sogar direkt. Ach, ich soll den Schlachtfokus benutzen. Okay. Ah. Da sieht man noch was. Wie kommen die denn da durch? Interessant. Sehr interessant. Es ist ja noch Deckel langgelaufen. Ey, ja, mach denne. So. Clever gemacht, Kater. Ich flute jetzt das ganze Dekontaminierungssystem. Schätze, ich hab den ersten von Heinrichs Blobs. Die ersten von Heinrichs Blobs. So. So, da lang. Oh, oh. Hier lang. Kann man nur so ein Chaos hinterlassen. Oh. Oh, Kater. Ein bisschen mehr Anstand, ja? Verdammt, was ist da drin los? Tch. Ich war das nicht. Ach, ja. Okay. Hoffentlich haben sie sich die Hände gewaschen. Nö. Okay. So, Fog oder was? Oh, oh. Sieht nicht gut aus. Ist auf jeden Fall da oben lang. Gut. Hinterher. Er hat da so eine Panik. Oh. Los, Kater. Schnappen Sie es! Noch einer. Noch einer. Was ist das? Puh. Was ist das für eine Notiz? Sicherheitsprüfen an alle Agenten im Sicherheitsdienst. Eine Frage des Tages für den Infiltrator, bla bla bla. Wo waren sie als Präsident Johnson ermordet wurde? Hoffentlich diese Fun-Frage. Irgendein Geschehen scheint schlechter zu sein. Schein zugefällig sind sie nie. Von der Erachtsamkeit der Sicherheitsschaffung. Okay. Naja. Geht dann mal wieder einfach nur um diese Sicherheitsfragen. Wo war ich doch gleich da? Oh. Aus der ab. Und ich dachte, ich hätte einen ruhigen Bürojob. Haben wir es jetzt? Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Eigentlich. Ist du doch hier drin. Oder war es das jetzt? Ich habe doch noch welche. Da kommt man aber nicht lang. Das ist ja komisch. Und nur. Ich höre sie auch. Ist das jetzt alles gewesen oder nicht? Ja, okay. Das waren alle. Gut. Einmal schnell zurück zum Doktor. Da war es. Glaube ich. Da war es. So. Dann mal schnell zurück. Mal berichten. Schon mal dran gedacht, ein Drehkreuz einzubauen und Maut zu kassieren? Sicher. Aber was sollte ich mit dem Geld anfangen? Das ist wohl wahr. So. Dann geben wir ihm mal Bescheid. Gucken mal, was er sagt. Danke, danke, danke. Das wären dann alle drei, Doktor. Danke, William. Dank Ihrer Mithilfe können wir schon bald alle sonstigen feindlichen Agenten identifizieren. Ich hoffe, Sie sind in Zukunft etwas vorsichtiger. Ja, ja, natürlich. Das hier könnte Ihnen bei Bedarf nützlich sein. Was denn? Nanotechnologie. Oh. New Hampshire. Transportauftrag. Okay. Und Nanotechnologie irgendwie. Oder was? Oder wie? Oder wo? Verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Also auf jeden Fall eine neue Mission bekommen. Das ist schon mal klar. Gut, ich denke, das war's dann erst mal soweit. Joa. Dann mal zu Fork. Wegen dem Verhör ja nochmal Bescheid geben. Dum dum dum. Kein Spruchauflager? Langweilig. Na komm, mach auf. Danke. So, wo war der Fork nochmal? Ich hab mich immer noch nicht so ganz eingefunden, muss ich sagen. Aber der war doch da auch irgendwie. Da ist er. So, hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas. So, hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas. Und nach Axis? Nicht direkt, aber wenn ich mein Ziel finde, führt es mich zu Axis. Sehr kryptisch. Man könnte uns abhören. Ich arbeite zu lange an der Sache, um sie jetzt aufs Spiel zu setzen. Wird Fork zu paranoid? Naja, kommt darauf an. Worauf genau? Ob Fork gerade zuhört oder nicht? Haben sie den Bericht vom Verhör gekriegt? Ja, das Schwein hat Nils getötet. Sie waren zu soft zu ihm. Darum hat man sie das Verhör nicht führen lassen. Er kann nichts verraten, wenn er tot ist. Er hat auch so nicht viel verraten. Genug, um ihren nächsten Schritt zu erraten. Mehr brauchten wir zunächst nicht. Ich hoffe nur, dass der Alte das nächste Mal mich ranlässt. Ich besorge uns ein paar Antworten. Viel Glück! Gut, also zu Fork. Ne? Hier irgendwas zu sabbeln. Ne? Und ein Bericht oder so. Und ein Foto. Ja, stimmt. Das UFO ist... Ja, ja, da war ja was. Carter, gute Arbeit. Sie haben da drin überraschend kühlen Kopf bewahrt. Danke. Aber ich gebe zu, ich will ihn immer noch killen nach der Sache mit Nils. Sie haben also nicht gerade diesen ganzen Aliens eine neue Heimatwelt angeboten? Das wird sich zeigen. Aber versprochen habe ich gar nichts. Ich habe mich mit Dr. Weir über die Infos unterhalten, die sie geliefert haben. Wissen Sie, wo wir eins dieser interdimensionalen Dinger finden, die er erwähnt hat? Der Doktor nennt es einen Faceplotter. Und wir wissen, dass ein Andokturm der Outsider bei Vida Buena in New Mexico steht. Das Silver hat ihn gemeldet, als er die Infizierten vor Ort untersucht hat. Interessant. Dann sollte ich wohl mit der Silver reden. Das könnte schwierig werden. Das Silvers Team wollte das Gebäude auskundschaften. Der letzte Bericht kam vor einigen Wochen rein. Was soll das, Fock? Das Silver verschwindet und das erzählen Sie mir erst jetzt? Ruhig, Blut, Carter. Wir nehmen an, dass er noch lebt. Aber er ist tief in feindlichem Gebiet und kann nicht funken. Stoßen Sie zu seinem Team. Dann begleiten Sie alle Dr. Weir durch den Kommandoturm und besorgen uns den Faceplotter. Warum bringen wir den Doktor wieder in Gefahr? Weir versteht als einziger, wie die feindlichen Gates funktionieren. Nur er hat einen gewissen Einblick, wie ihre Systeme arbeiten. Und keine Zeit, einen Feldspezialisten auszubilden, was? Genau. Schützen Sie Dr. Weir. Sein Verlust wäre eine Katastrophe für uns. Was wollte das Silver überhaupt da oben? Er sollte für Dr. Weir Aufklärungsdaten über die Outsider Gates sammeln. Und jetzt holen wir uns dort eines von diesen Dingern. Was verschweigen Sie mir über diesen Ort? Vida Buena ist ein Drehkreuz der Outsider. Rund um die Uhr kommen und gehen Schiffe durch eines dieser Gates. Und der beste Ort, um an einen Faceplotter zu kommen? Ist dort, wo es vor Feinden wimmelt. Ja. Oh weh, oh weh. Können wir dem Outsider vertrauen? Er war ziemlich fertig. Wenn wir irgendwas von Lawrence erfahren haben, dann, dass das wahre Problem ihr Mosaic ist. Denken Sie, die stehen alle still, wenn wir Mosaic vernichten? Ich würde nicht drauf wetten. Aber ihr mutmaßliches Kommunikationsnetzwerk zu zerstören, würde uns einen echten Vorteil bringen. Viel mehr kann man nicht verlangen. Okay, das war's erstmal. Ich lasse Dr. Weir informieren, dass sie startklar sind. Und Carter? Ja, Sir. Viel Glück. Muss ich jetzt wirklich schon direkt die Story-Mission weitermachen? Ich würde ja gerne noch ein bisschen die Nebenmissionen erstmal machen. Die zwei, die da noch waren. Beziehungsweise jetzt sogar schon drei. Wann ich mir nicht irre. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Hm. Gucken wir mal. Sie können nicht alles selbst machen. In einigen Fällen können Sie stattdessen Agents losschicken. Bei diesen Missionen sammeln Sie Erfahrungen und stoßen vielleicht auf neues Equipment oder andere erfahrene Agents. Sie stehen aber während solcher Einsätze nicht für den Kampf zur Verfügung. Also Vorsicht bei der Zusammenstellung Ihres Teams. Ah, das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Gut, so, jetzt werden wir uns aber erstmal nochmal hier um die Verhaltung kümmern. Ja, das ist doch schön. Gucken wir gleich mal. Also, Laser-MP, Laserpistole, Splittergranate. Gucken wir einfach mal. Ja, das sieht eigentlich doch soweit schon gar nicht so schlecht aus. Ich denke, das kann so bleiben. Scharfschützenpack, Medizinpack. Äh. Wäre ja eigentlich wirklich was für die KI, die eigentlich so schnell stirbt. Wir gucken erstmal nochmal hier. So, Scharfschützenbewehr hatten wir noch nichts. Der überhält das auch erstmal. Der hat einen Streu-Laser gehabt. Vertreiben und Mine. Hm. Ja. Das ist jetzt die große Frage. Oder machen wir den jetzt weiter? Was hatte der denn genau? Maschinen-Pistole. Laser-Pistole. Das ist ja immerhin etwas. Scharfschützenpack. Immer ruhig behalten. Das ist mit dem. Laser-MP. Ausrüsten. Und du kriegst das Scharfschützenpack auch. Zack. So, und wie kann man jetzt einen neuen Agenten anreiben? Ja, wie? Achso. Kriegt man jetzt einfach so einen dazu gesteckt. Okay. Dann machen wir da einen Aufkehrer draus. Da. Aha. Das ist ja interessant. Das ist ja richtig interessant. Ja, was nehmen wir denn da mal? Technische Ausbildung. Nee, ich würde es aber schon fast sagen, der hier. Zack. Dann ein Scharfschützengewehr. Und das Scharfschützenpack. Äh. Genau. Nein. Verdammt. Wie heißt denn der jetzt? Tomnär. Aufkehrer. Dann bleibt der so. Machen wir mal Zufall. Ja. Ja. So. Gut. So, jetzt nochmal hier eben. So. Ja, und jetzt? Warum? Achso. Mhm. So funktioniert das. Alles klar. Diesen Agenten anwerben, bist du sicher? Ja. Ah, jetzt haben wir ihn. Alles klar. So, und dann machen wir uns noch ein. Pionier. Mit den Fähigkeiten. Schon schön ausrüsten. So. Ja, ist okay. Und rekrutieren. So, eins, zwei, drei. Das brauchen wir nochmal zwei. Dann noch ein Supporter. Jedenfalls mit der technischen Ausbildung. Das ist, denke ich, mal eine ganz gute Sache. Fähigkeiten häufig einsetzen ist doch immer gut. Bestätigen. Und rekrutieren. So, was haben wir denn jetzt? Ein Techniker, zwei Techniker. Zwei Supporter, zwei Schützen und ein Kommando. Wo ist denn der? Da, Finlay. Brauchten wir eigentlich noch einen davon. Auch wenn wir den jetzt noch gar nicht so mitgenommen haben. Ähm. Aber er kriegt mehr Schaden mit Waffen. So. Zack, 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 zack. Und anwerben. So, und nun? Müssten wir doch eigentlich... Missionsauswahl. So, das war diese Mission, genau. New York, das hatten wir schon. Agenten-Einsatz-Missionen. Missionskomplexität, fünf, äh, sieben, sieben. Operationen, Clifter, kleine Operationen. Größere Operationen. Nachricht von der Front, und noch eine kleine Rekrutknacker. Aufrüsten. Ich würde mal sagen, da würde ich jetzt gerne die Agenten hinschicken. Genau. Den. Ach, das ist so ein bisschen... Assassin's Creed-Style. Könnte man das dann auch so machen, wenn die noch nicht stark genug... und stark genug waren. Na. Achso. Starten. Genau, die machen das jetzt. Okay. So, und wir machen jetzt mal die Mission Nanotechnologie. Technologie, genau. Äh. Wie jetzt? Da wollen wir doch jetzt aber hin. Da bin ich gerade verwirrt. Was geht das jetzt nicht? Hää? Achso, diese kleinen... Ah, ich verstehe. Die können die nur machen. Das ist nur für unsere Agenten. Und diese hier sind für uns. Alles klar. Ein Dächterpack. Ah. Ah, ich verstehe. Gucken wir mal, was gibt es hier? Am Aufklärer, Rang 3. Was gibt es da? Treffsicherheit. Keine richtigen Hände. Achso. Oh. Ja. Das ist doch mal interessant. Dann würde ich mal sagen, beschützen wir die Studenten hier, oder? Um erstmal überhaupt ein bisschen die hochzubekommen. Ich denke, das ist schon nicht wirklich dumm. Ich finde, der geht noch mit. Genau. So. Und wir suchen uns jetzt nämlich die hier. Gut, knackern aufnehmen. XCOM hat den Kontakt zu einer wichtigen Kommunikationseinrichtung verloren, deren Aufgabe das Abfangen und die Entschlüsselung von Outsiderübertragung war. Begeben Sie sich zur Anlage und nimm Verbindungen zu den dortigen Mitarbeitern auf. Die machen wir nämlich jetzt. So. Da geht es dann auch los mit dem Heli. XCOM hat den Kontakt zu einer wichtigen Kommunikationseinrichtung verloren. Begeben Sie sich. Und dann ging es schon zu schnell. Ist wieder mein Hut nicht dabei. Da fliegt der Skyranger. Ja. Damit sind wir dann auch eigentlich in der zweiten offiziellen Mission erst. Und ja. Damit beenden wir dann aber auch schon wieder die Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja. In der nächsten Folge gibt es immer wieder ein bisschen mehr Action. Und schaltet dann aber beim nächsten Mal wieder. Langsam beim nächsten Mal dann auch wieder rein. Also. Auf bald. Not alle. koche. Im nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020